so der händler ist immer noch hier übrigens und wir können seine truhe knacken brossender wurf speer danke dass die gespäne überredet hast nichts schlimmeres zu tun wir leben schon in traurigen zeiten wenn es ein verbrechen sei zu sich einen bescheidenen lebensunterhalt zu dienen wie viel war es noch mal wert eine haupt gerettet zu haben das glück dass ich dir begegnet bin und ich stehe in deiner schuld kommt bald wieder vorbei ich muss noch meine waren sortieren dann kann das geschäft beginnen dann zeig mal was du hast in signien des helden verleiht mut immunität gegen verängstigt und panisch das wäre schon mal was wert rüstung eines ziels verändern das nehme ich dir gern mal ab so dann gucken wir mal das kann ich dann dagegen setzen dann gucken wir mal was wir nicht brauchen ein bronzener wurf speer zum beispiel der ist zwar genauso gut wenn ich das richtig sehe hat aber nicht treffsicher beim ferngangriff also kann der schon mal weg dann die ganzen heißen die eisengroßschwerter die verkaufe ich an den schmied hier was habe ich in so einem rahmen schrammisch kann ich gern verkaufen und ja das verkaufe ich auch am besten an den geschmähten schmied so die edelsteine auch gegenstände habe ich hier was was ich dem verkaufen könnte ne nicht wirklich vendrien bogen na doch die beiden bronzenen wurf die drei bronzenen billigen wurf speere könnte ich verkaufen du bist ein besserer als die ja die sind unterschiedlich viel wert haben auch unterschiedliche werte also muss ich mal darauf achten und dem borse durch der wende in wache so danke dafür sens schreiben takis ari möge dass er liegt ein wertloses okay mein erstes sens schreiben wir sind nicht völlig ohne verstand wir wussten dass kürz eine dick gegen unser teil erlassen würde vielleicht hat der oberherr einen kranken humor aber ich zumindest habe herzlich gelacht als ich hervor dass das das tot so dass das tot so unter die einbrecher und die marionetten gleichermaßen verdammte ich hatte solch niedrige erwartungen an den diener des genannten der gerechtigkeit ich hatte schon solch niedrige erwartungen an den diener des achon des sogenannten achon der gerechtigkeit tuner scheint mir kaum mehr als ein passiver auf einen thron sitzende handlanger zu sein um das gemetzen und die plünderung der anderen achon zu legitimieren das angesichts des wursstandes dass kürz eine sache behaupten lässt obwohl das gegenteil zutrifft ich hatte gehofft dass du wirklich der gerechtigkeit dienst also dem begriff nicht dem achonten aber dein handeln sagte etwas anderes zumindest kann ich dir dafür tanken dass ich jetzt weiß mein zynismus war absolut gerechtfertigt solltest du das bevorstehende gemetzte übersegen so lege zeugnis ab dass ich takis ari von der vendrim wache die verantwortung für die aktion meiner leute übernehme sollten meine krieger je das haupt vor der axt des gerichts beugen dann sage tunern dass sie am verhungern und verzweifeln waren und dass ich sie leicht in einen kampf hinein ziehen konnte der nicht der ihre war sondern meiner verkauf ihm diese lügen wie du die lügen des oberheim verkaufen würdest ja wie kann ich antworten ich will archiviertes entschreiben nicht ausblenden aber gut ja eisengebundene ausrüstung genau dann nehmen wir bitte jetzt diese und wir kriegen eine rüstungssigile damit kann ich plus 20 rüstung wenn unter 35 gesundheit ist nicht so so der renner minus fünf rüstung schock und schmetter für 45 sekunden plus 54 rüstung frost hieb und stich ist schon eher was plus 100 ausweichen bis schaden erlitten wird plus 100 parieren bis schaden erlitten wird boah das ist mächtig plus 3 gesundheit das ist ein guter heil buff und ja das können wir nicht gut schicksalsbinder die achonten sind im kriegszelt so pentibor was können wir dir sagen werde ich etwas für dich tun siehst du etwas was dir gefällt ja zeig mir mal deine waren du verkaufst nur bronze waren okay eisenmarschall erenius helspa und seveos mit seveos können wir gerade nicht reden geben wir mal die quest ab bei allem respekt aber unsere kohorten haben sich immer wieder gegen diese narren von aus apex bewiesen was könnten deine ehrtexte schon tun aus dem weg herum zu stehen ich möchte gar nicht hier sein zeveos und zu meinen befehlen gehört nicht dir unseren wert zu beweisen wenn der russrenneral keine magie auf seiner seite haben will dann kann er uns befehlen uns zurückzuhalten und diese schlacht auszusitzen ich hinterfrage nicht was deine magier beisteuern helst aber ich habe meine vorbehalte gegen deine anführer warum konnte sich radix nicht selbst bei der belagerung zeigen wenn er wichtigeres als die eroberung zu tun hat dann möchte ich das gerne aus seinem eigenen mund hören wenn radix nicht helfen möchte könnte vielleicht ein verwandter seinen platz einnehmen wow 750 ringe und eine smaragd nadel und gunst wenn ich richtig gelesen habe ich möchte die befehls kette zur kriegszeit nicht ins chaos abgleiten lassen aber vielleicht kann radix bruder ihm an seine pflichten erinnern schicksalsbinder ich danke dir für dein mitwirken du hättest nicht dein leben auf spiel setzen müssen hast du es aber trotzdem getan jo level up für sie kann ich das mir nochmal anzeigen lassen kunst bei geschmähten und level up für lyra das verpasse ich doch gleich mal zwei waffen ist geschicklichkeit und dings aber ich gebe jetzt nochmal einen punkt in mehr leben für sie dass sie zwölf hat erstmal dann kann sie auf mehr parieren und ausweichen gehen also ich werde wahrscheinlich mal ihr verstand boosten so und jetzt hier drüben spottendes eisen begraben fege dem fege dem zieh die füße weg das ist gar nicht mal so schlecht tödliche stöße lyra führt einen gegenangriff gegen feinde aus die sie im nahkampf mit einem angriff verfehlen lyra muss eine nahkampfwaffe ausgerüstet haben klingentänzerin erhöht den waffenschaden wenn zwei waffen eingesetzt werden spanfergel lyra tauscht die position mit einem feind und steht dann mit jeder ihrer waffen auf diesen ein waffenschaden erhöhen ist fürs erste gleich schlecht und ja ich gehe bei ihr auf duellant hin die plänkerin lasse ich mal weg weil plänker ist bogenfähigkeit und sie ist eher im augenblick bei mir im nahkampf weil ich ja hybrid bin brauche ich lieber zwei nahkämpfer weil ich ja eher im fernkampf dann bin so hat sie was neues zu sagen was für ringe habe ich jetzt eigentlich bekommen wahrscheinlich diese hier also sieben bronze 50 kupferringe du hast nichts neues zu sagen da ist noch eine versperrte kiste stoffarm schien so deine eisen lieferung kumpel hier ist die lieferung wie gut dass die eilbrecher nicht viel genommen haben ja zehn ringe ich kann dir gar nichts sagen was es uns bedeutet diese lieferung zurück zu haben ich werde dafür sorgen dass mein vorgesetzter davon erfährt was du für die region getan hast zeig mir mal deine waren regenerierend plus eine gesundheit alle 60 okay das ist nicht schlecht so an dich will ich jetzt eisen sachen verkaufen gucken wir mal was haben wir hier ich hätte gerne und bronze sagen also die rüstung der vendrien wache wobei die behalte ich doch mal was habe ich denn hier alles leichte bronze schien der vendrien wache dann habe ich hier die handschuhe des momentums achso das waren die für den habe ich aus für sie die falschen handschuhe ausgerüstet das muss ich mir ach das sehe ich ja hier steinschild handschuhe ja die handschuhe des momentos sind auf jeden fall besser mehrfach schlag bei kritischen treffern mit einer waffe schaden gar nicht mal so schlecht hast parierend plus eine schnelligkeit nehme ich dir mal weg und gebe dir mal die regeneration und du kriegst das ja und ich mache das gerade über das händler menü wobei du eher einen mehr verschlag bräuchtest du kannst eh nichts anderes anziehen und du hast handschuhe des gelehrten gut dann gehen wir mal die steinschild handschuhe weg so weiter handeln die ganzen zwei hand eisenschwerter die wir nicht brauchen mit dem bronze turm schippe ich mir noch nicht sicher der bronze hammer kann weg der bronze wurf speer kann auch weg solche sachen hebe ich erstmal lieber auf so rüstungsmäßig die beiden geben sich nichts das ist dasselbe der selbe gegenstand nur dass er unterschiedlich aussieht ich behalte ich mal die leichte weil das mit dem zipfel gefällt mir nicht so sehr und gebe das noch weg stoffarm schienen kannst du die vielleicht gebrauchen präzision unbewaffnete schaden präzision ist gar nicht mal so schlecht so finde ich praktisch dass man das durch den handel durchs handelsmenü machen kann und die will ich auch noch verkaufen so das war's dann erstmal was ich verkaufen möchte gebt gut geld hat aber für ihn leider kein level abgegeben ich bin lucia das ist markus die geschmieden soll eindeutet auf den gepanzerten mann neben mir und du bist bestimmt der schicksalsbinder also im hellen vernimmst du ein verächtnis des schnauben wir wurden wohl einem zeug wir wurden dir zugeteilt unterbricht marco schrasch während du auf während du dich auf geschmieden land aufhältst wenn du einen ort zum rasten brauchst können wir dir die notwendigen vorbereitungen treffen ja gut mit denen rede ich das nächste mal dann weil die haben hier ein bett und die sind wahrscheinlich auch trainer für mich mal wieder aber ich muss jetzt leider hier einen cut machen also speichere ich das spiel netterweise unter lp006 so und in der nächsten folge reden wir erst mit dem beiden und dann gehen wir ins zelt der archonten und gucken mal wie es da weitergeht also bis dann